Hallo ihr Lieben, ich habe heute ein ganz besonderes Projekt, das ich euch jetzt endlich zeigen kann, weil es nämlich jetzt fertig geworden ist. Und zwar hatte ich es schon mal in einem Video angekündigt, dass ich ein Hochzeitsalbum machen wollte. Und das ist jetzt das fertige Ergebnis. Das Hochzeitsalbum ist wahnsinnig groß geworden, also wenn ihr so meine Hand im Vergleich seht. Die Größe beträgt 12x12 Inch vom Basispapier her. Das Cover, also vorne und hinten, das Cover, das ist ein bisschen größer. Ansonsten besteht das Album aus 12x12 Inch, das heißt ungefähr 30 cm umgerechnet. Und ja, das war mein erstes Projekt, was in dieser Größe ist. Mein erstes Mini-Album, oder man kann es eigentlich schon nicht mit Mini nennen. Also mein erstes Scrapbook-Album in dieser Größe. Und es war einfach mega toll, daran zu basteln. Es war eine mega tolle Erfahrung und ich habe sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen sogar sammeln können beim Basteln. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Dieses Album ist jetzt für die liebe Angela. Und zwar heiratet die liebe Angela. Am 18.07. bzw. am 19.07. ist die Feier. Also, ja, ihr könnt ihr ja dann an dem Tag gratulieren. Das fände ich irgendwie sehr cool, wenn ihr dieses Video seht und ihr denkt dann noch dran, dann gratuliert doch, ihr lieben Angela, einfach mal zur Hochzeit. Ich hätte das sehr lieb von euch. Und ja, ich möchte euch jetzt in dem Video aber einfach nur das Album zeigen, was daraus entstanden ist. Hier seht ihr jetzt schon erst mal das Cover. Und ja, bei dem Cover habe ich sehr viele 3D-Elemente benutzt. Zum Beispiel diese Blumen hier unten. Die sind vom Rossmann. Die hatte ich mir ja schon öfters mal nachgekauft. Und ich finde diese Blumen einfach so klasse. Die sind aus Papier und sehen einfach richtig schön und edel aus. Und ich fand, weiß und rot passt einfach perfekt. Also für mich persönlich perfekt zur Hochzeit. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen, ja, so was Bläuliches mit reingenommen, weil das Album einfach auch in den Farben so ein bisschen gehalten ist. Hier oben ist ja auch wieder die blaue Farbe so ein bisschen aufgegriffen. Ich weiß nicht, wer von euch die Motive schon erkannt hat. Und zwar hat die liebe Angela ja von ihrer Einladungskarte für die Hochzeit ein Bild gepostet. Auf ihrer Facebook-Seite war das, glaube ich. Und da hat sie die Einladungskarten gezeigt. Und die hatte genau dieselben Motive. Und ja, ich habe mir gedacht, um das Thema einfach aufzugreifen, von der Einladungskarte machen wir das Cover in demselben Stil oder halt zumindest so ähnlich. Deswegen habe ich dann die Motive von der Karte genommen und habe sie ein bisschen in meinem Stil noch so ein bisschen abgezeichnet. Und das ist dann dabei rausgekommen. Ich habe es noch mit Copic Markern angemalt. Und ich muss sagen, ich finde es einfach, ich finde es ist toll geworden. Das hat mich selbst ein bisschen überrascht, dass das so gut geklappt hat. Dann habe ich hier noch so ein Schlück Schleifenband genommen. Also so ähnlich wie bei der Karte. Da war es hier ein Seil. Hier ist das jetzt ein Schleifenband. Habe das quasi um den Ehemann herumgewickelt. Und ja, sie zieht das sozusagen an ihm. Und ja, ich finde, das ist irgendwie eine sehr lustige Hochzeitskarte, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und deswegen, ja, ich fand das einfach schön, das thematisch nochmal in dem Album aufzugreifen. Hier ist dann auch ein Tag, der runterhängt. In der Karte sind es zwei Tags, jeweils mit den Namen. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt einfach mal einen Tag, wo dann Angela und Mario draufsteht. Das ist so ein bisschen embossed. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt, aber da ist so ein silbernes Embossing drüber. Man kann es nicht hundertprozentig gut erkennen. Also selbst wenn man es live in der Hand hält, muss man ein bisschen genauer hinsehen. Aber ich finde genau das eigentlich ziemlich cool daran, weil das nochmal so ein verstecktes Element ist, was aber trotzdem sehr persönlich ist. Ja, und wie auch bei der Karte steht dann hier oben einfach das Wort Ja, was dann an so einem Banner dranhängt. Und ja, die ganze Seite ist schon so ein bisschen gestaltet. Hier hatte ich noch so zwei Vögelchen. Die fand ich auch sehr passend, vor allem weil im Album auch Vögel drin sind. Seht ihr gleich noch. Und die sind aus Filz. Die hatte ich mir auch mal bei Rossmann gekauft gehabt. Und die habe ich dann einfach hier drauf geklebt und fand das irgendwie sehr süß, weil das irgendwie auch so aussah wie männlich und weiblich. Und ja, hat mir einfach sehr gut gefallen. Und dann habe ich hier einfach noch so ein paar Herzchen-Elemente und Schmetterlinge, so ein bisschen Herzen hier oben nochmal. Und ja, so ganz verschiedene Elemente. Und hier, denke ich mal, könnt ihr einigermaßen gut erkennen. Hoffe ich zumindest, steht dann nochmal das Hochzeitsdatum von den lieben beiden. Und ja, hier habe ich dann noch zwei Tickets reingesteckt. Die hatte ich noch von der Beloved-Kollektion. Da hatte ich mir ja damals die Ticket Roll gekauft gehabt. Ja, das war das Cover. Ich finde das Cover wunder, wunder, wunderschön. Und natürlich ist das jetzt sehr mit 3D-Elementen bestückt. Das ist jetzt innen nicht ganz so sehr, damit das Album nicht so dick ist einfach. Und ich zeige euch jetzt erstmal, bevor wir ins Innere gucken, zeige ich euch jetzt erstmal die Rückseite, damit wir das nicht vergessen. Aber die Rückseite, die habe ich wirklich sehr schlicht gelassen. Also da habe ich einfach nur Motivpapier geklebt. Ich habe übrigens alle Motivpapiere auch noch embossed. Und, äh, nicht embossed, distressed, Entschuldigung. Und ich fand dieses Motivpapier einfach so schön. Das war damals in meinem 1-Kilo-Papier-Set drin, was ich bei Dani Poys schon vor längerer Zeit bestellt hatte. Und ja, ich hatte das einfach noch übrig und fand, es war so schön und passt zum Thema Hochzeit natürlich super. Deswegen wollte ich das unbedingt hier verwenden. Und das hat dann eben seine Verwendung auf der Rückseite von dem Album bekommen. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal rein ins Album, wie es denn innen aussieht. So sieht dann die Cover-Innenseite aus. Ich habe mir gedacht, die Cover-Innenseite kann man natürlich auch prima für Fotos benutzen. Und hier habe ich mir gedacht, ist das ein sehr schöner, großer Platz, um, ja, ein ganz besonderes Foto vielleicht, ähm, zu präsentieren. Ich habe jetzt hier, ähm, Aufkleber noch draufgeklebt. Hier steht jetzt Introducing the new Mr. and Mrs. Und, äh, ja, hier noch so ein paar andere Aufkleber. Das heißt, eigentlich würde es sich perfekt anbieten, so ein Hochzeitsbild von dem Hochzeitsbrautpaar, äh, hier draufzukleben. Ich fände das mega, mega, mega schön, wenn das einfach so das erste Element ist. Oder, was ich auch noch finde, was super passt, ist ein Gruppenfoto von allen, die bei der Hochzeitsfeier eingeladen worden sind. Nur mal so als Beispiel. Man kann natürlich auch was ganz was anderes draufkleben, aber das fand ich irgendwie so, das war in meinem Kopf, ähm, als ich die Seite gestaltet hatte. Und dann habe ich mir noch gedacht, für die untere Hälfte sozusagen, oder das untere Drittel, mache ich noch so zwei kleine Taschen hin. Das sind einfach nur so Eck-Taschen. Und dort habe ich dann einfach alle möglichen Tags reingesteckt. Ich hatte sehr viele Tags, die sind aus den unterschiedlichen Kollektionen. Das hier ist zum Beispiel von dem Ephemera-Pack. Das hatte ich ja auch mal im Haul gezeigt. Ähm, das war einfach übrig noch. Und, ähm, ich habe mir gedacht, das kann man ja eigentlich auch super in so Tag-Taschen reinstecken. Und dann habe ich hier noch ganz viele verschiedene Tags. Die waren zum Teil fertig, die musste man nur ausschneiden. Die sind dann auch doppelseitig bedruckt. Ich finde das mega, mega toll. Ähm, ja, und da kann man natürlich auch Fotos draufkleben, beziehungsweise wahlweise dann auch Journaling, irgendwas dazu schreiben oder so. Und, ähm, ja, da habe ich die Tags dann eigentlich eher wahllos dann hier dann noch in die Tag-Taschen reingesteckt. Die kann man natürlich dann selbst, wenn man das Album befüllt, dann nochmal nach Belieben verändern oder die Tags woanders reinstecken. Das ist jetzt die erste Seite. Da habe ich auch nochmal so ein bisschen Blumen hingemacht. Aber ich habe mich da sehr zurückgehalten, damit es, wie gesagt, innen nicht zu dick wird. Und die Sticker, die finde ich übrigens auch mega, mega schön. Ich hoffe, man erkennt das einigermaßen im Video. Hier sind auch noch Sticker. Ich habe immer so ein bisschen Verzierungen noch hinzugefügt, damit das nicht so langweilig ist. Dann die Seite. Das ist eine sehr volle Tag-Seite. Das heißt, hier kann man wirklich sehr, sehr, sehr viele Tags unterbringen. Und, ähm, ja, ich glaube, die Seite ist auch sehr verwirrend, wenn man nicht so genau weiß, wie es funktioniert. Also, hier unten sind erstmal drei verschiedene Taschen. Die Taschen sind auch getrennt. Das heißt, man kann es nicht durchsliden, durchschieben, sondern das sind wirklich drei verschiedene Taschen. Das ist deswegen, falls man das Album kippt, also senkrecht hält, damit die Tags nicht alle runterrutschen können, damit das nicht so ein Durcheinander ergibt. Und hier habe ich auch ganz verschiedene Tags, ähm, reingesteckt. Ich werde jetzt nur mal ganz, ganz, ganz schnell durchgehen. Falls ihr was genauer sehen wollt, könnt ihr ja das Video pausieren. Ich finde diese Tags, die sind einfach wunderschön. Es ist zum Teil einfach normales, ähm, Motivpapier. Und zum Teil, ähm, ja, habe ich die auch einfach aus Restepapier quasi dann noch zurechtgeschnitten. Oder wenn ich gesehen habe, ja, an bestimmten Stellen fehlen einfach noch Tags und das passt von der Farbe her ganz gut. Ähm, ja, dann habe ich die da noch einfach dazu gesteckt. Und, ja, ich habe jetzt hier einfach mal so beispielhalber drei Tags pro Tasche reingesteckt. Kann man natürlich noch vermehren. Man kann auch zum Beispiel der Tag, der jetzt hier ist, kann man, äh, auch noch mit hier dazu stecken. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das kann man machen, wie man will. Man kann die Tags auch austauschen. Also da ist man total frei. Und, ähm, ja, wer jetzt mich fragt, für was sind die Tags? Eigentlich sind Tags immer für Fotos oder für Journaling gedacht. Je nachdem, wie man es möchte. Und, ähm, ja, ich finde es natürlich mega cool, gerade bei Hochzeiten, wenn man noch so Zettel austeilt, wo, ähm, die Leute so persönliche Grüße drauf schreiben oder Wünsche oder irgendwie sowas, also Glückwünsche, dass man dann vielleicht auf der einen Seite ein Foto klebt und auf der anderen Seite klebt man dann vielleicht das, was die geschrieben haben. Ähm, ist jetzt natürlich in dem Beispiel vielleicht ein bisschen doof. Vielleicht sagt ja der ein oder andere, aber dann überklebt man das. Ja, das stimmt schon. Aber es gibt ja auch Tags, zum Beispiel die hier. Da ist es dann nicht so schlimm. Und, ja, hier oben gilt dann nochmal dasselbe. Da sind auch nochmal Tags drin. Dieselben drei Taschen wie auch. Also vom Prinzip her wieder unten. Auch hier kann ich ja euch mal ganz schnell, äh, die Tags zeigen, die da drin sind. Also ich finde die Tags aus dieser Kollektion, die sind wirklich richtig, richtig schön. Sind auch zum Teil doppelt dabei, weil ich die Bögen ja doppelt bestellt habe, wer den Haul gesehen hat. Ähm, ja, einfach damit das Papier ausreicht. Ich habe das Collection Kit gekauft, ähm, von dieser Kollektion. Ich werde euch das in die Infobox verlinken, wie gesagt, den Haul, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr auswendig, wie die Kollektion hieß. Und auf jeden Fall hatte ich davon dann die Collection, das Collection Kit und dann nochmal das Papier einzeln. Das ist dann hier ein Tag, den man rausziehen kann. Und, ähm, hier habe ich dann noch extra so einen kleinen, so einen kleinen Aufkleber dabei hingeklebt. Der war bei dem Sticker Sheet dabei von dem Collection Kit. Und, ähm, ja, einfach damit man erkennt, wenn das hier drin steckt, ähm, dass man, dass man hier tatsächlich ein Element rausziehen kann. So als Erkennungsmerkmal fand ich das irgendwie ganz cool. Ansonsten, hier auf der Seite ist alles festgeklebt. Hier sind nochmal Linien, das heißt, hier könnte man explizit vielleicht nochmal irgendwas schreiben. So ein Element muss man ja nicht unbedingt zukleben, wenn man nicht möchte. Man kann es natürlich trotzdem gerne machen. Und, ja, so sieht die Rückseite aus. Hier habe ich dann auch nochmal so, this is so awesome. Das war jetzt aus einer anderen, also ich habe teilweise aus einer anderen Kollektion, ich habe teilweise auch ein bisschen anderes Papier verwendet, weil ich, äh, ja, Angst hatte, dass das Papier sonst nicht reicht. Ich habe dann zum Schluss gesehen, dass ich sogar noch ein bisschen Papier übrig habe. Deswegen, ähm, ja, hätte ich mich nicht ganz so verrückt machen müssen. Aber, ähm, ja, ich fand einfach trotzdem, es hat ganz gut gepasst. Das ist hier auch ein Tag, wie ihr gesehen habt, den man rausziehen kann, auch mit so einem Sticker. Und hier sind jetzt auch in dem Tag Tags versteckt, sozusagen. Und zwar sind hier auch Tags, die man rein, äh, rausziehen kann. Oder beliebig viele, je nachdem, wie viel man halt will. Man muss halt aufpassen, bei solchen Elementen passen jetzt nicht so ein Stapel Tags natürlich rein. Hier unten ist auch nochmal eine Tag-Tasche. Die ist ein bisschen, geht ein bisschen tiefer. Und zwar ist hier ein großer Tag drin. Das Motivpapier finde ich übrigens total schön. Und hier ist auch nochmal so ein kleinerer Tag drin. Und das kann man dann hier hinter verstecken. Und hier sind Platz für zwei große, größere Fotos zum Beispiel. So sieht dann die Rückseite aus. Und, ähm, ja, auch hier sind dann unter diesem Fotoplatz sind dann auch nochmal Tags versteckt. Da kann man auch, äh, ja, wie gesagt, Grüße draufschreiben, Grüße draufkleben oder Fotos draufkleben oder irgendwie sowas. Und, ja, ich finde das wirklich mega cool, wenn das immer so vieles Verschiedenes ist, wenn alles so ein bisschen anders aussieht. Mir persönlich gefällt das wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und, ähm, ja, wie gesagt, allein diese Seite ist mega beladen mit Optionen zum Verstecken von Tags oder zum Deponieren von Tags und Nachrichten und Fotos. Dann hier gilt wieder dasselbe. Ich habe, wie gesagt, ich habe sehr, sehr, sehr viel mit Tags gearbeitet. Einfach unter anderem deswegen, dadurch, dass das Album dann wirklich erweiterbar ist, ohne dass man allzu sehr, allzu schnell neue Seiten hinzufügen kann. Das heißt, man kann einfach neue Tags erstellen und die dann dazulegen zu dem Album. Und hier ist jetzt zum Beispiel, hier ist ein Oben-Tags und hier ist ein Unten-Tags. Das hier habe ich einfach nur so ein bisschen gestaltet. Und ich finde diese Vögel so süß. Wie gesagt, das Album, das durchzieht sich auch so ein bisschen mit diesen Vögel. Das sind die Vögel von der Beloved-Kollektion. Die sind wirklich so, so süß. Und hier habe ich halt, wie gesagt, die Sticker noch von dem Sticker-Sheet draufgeklebt. Das sind jetzt die Tags, die hier oben drin gesteckt haben. Wie gesagt, ich habe mir gedacht, ich gehe einfach die Tags mit euch alle nochmal so ein bisschen durch für diejenigen, die das interessiert. Und wenn ihr etwas näher sehen wollt, dann pausiert einfach das Video. Das sollte ja eigentlich funktionieren auf die Art und Weise. Und ja, eigentlich, wenn man möchte, kann man natürlich auf der Rückseite, also hier auf dieser leeren Fläche, kann man natürlich auch nochmal Fotos draufkleben, wenn man möchte. Das heißt, man muss natürlich nicht nur auf die Tags die Fotos draufkleben, sondern man ist da in der Gestaltung wirklich sehr frei, wie man das machen möchte. Und hier unten sind jetzt auch nochmal Tags, die gehe ich auch nochmal ganz, ganz schnell mit euch durch. Wie gesagt, die Tags sind alle doppelseitig bedruckt oder zumindest wirklich fast alle. Und das finde ich eben besonders schön an diesen Collection-Kits oder an diesen generell an den 12x12-Papier. Das ist ja meistens oder fast immer doppelseitig bedruckt. Und das ist für Tags ist das natürlich klasse. Was ein bisschen schade ist, ist, wenn man solches Papier dann irgendwo aufkleben muss, so wie das hier zum Beispiel. Das klebt ja auf diesem Basispapier. Und dadurch kann man dann natürlich nur eine Seite benutzen. Das finde ich persönlich immer so ein bisschen schade, aber ja, lässt sich natürlich auch nicht komplett vermeiden. Dann die nächste Seite, die sieht so aus. Und ja, hier auch wieder so ein kleines Deko-Element. Hier drunter ist das quasi festgeklebt. Das heißt, die Tags können hier auch nicht beliebig weit nach unten rutschen. Und das sind Tags, die man jetzt hier so einfach rausziehen kann. Hat so ein kleines Club-Element und da kann man dann ja auch Fotos draufkleben. Oder wie gesagt, Journaling. Ich denke, ich muss das nicht nochmal wieder aufholen. Ja, aber halt einfach so dieselbe Art, quasi nur umgekehrt. Also das Motivpapier quasi umgekehrt. Dann hier auch wieder Platz für ein Foto. Und hier kann man sogar das Foto so ein bisschen drunter kleben. Oder man kann hier auch sogar Tags reinstecken, wenn man will. Und hier sind dann noch jeweils zwei kleine, beziehungsweise größere Tags dann oben. Und ich fand das dann so süß, dass dann eben dieser Engel hier doppelt ist. Das ist die Seite, die ist dann wieder ein bisschen schlichter zumindest. Und wenn man das Ganze umklappt, dann kommt man auf dieser Seite. Das ist jetzt so ziemlich die schlichteste Seite aus dem ganzen Album. Man kann ja nicht alles übertreiben und zukleistern. Und ich habe mir gedacht, bei der Seite, also zum Beispiel das Motivpapier hier vorne ist schon so unruhig. Da wollte ich einfach nicht allzu viel machen. Da habe ich mir gedacht, wenn man Fotos drüber klebt, ist das vollkommen ausreichend für Dekoration. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist hier einfach nur ein kleiner Sticker, um die zwei süßen Vögelchen zu kleben. Und Happy Together, ja, wie gesagt, ich finde die Vögelchen einfach generell so süß. Das Ganze kann man dann aufklappen. Das ist übrigens auch ein Tag, den man rausziehen kann. Und ja, hier einfach nur ein paar Stickerelemente hier an der Seite. Das hier lässt sich dann einfach durch Fotos gestalten. Da kann man dann zu einer Kreativität freien Lauf lassen. Und das Einzige, was ich hier auf der linken Seite gemacht habe, ist hier oben mit so ein paar Stickern, habe ich da noch so ein paar Verzierungen hinzugefügt und habe dann noch so ein kleines, ja, so ein paar Herzchen gemalt und so ein Brand hier und den Sticker. Fand ich irgendwie ganz süß. Ja, und ansonsten, ich finde dieses I Love You, also die Motivpapierseite, die spricht schon so viel für sich. Da habe ich mir gedacht, macht man ein, sollte man vielleicht gar nicht so viel machen. Das reicht, wenn man hier Fotos drauf klebt oder man kann ja noch irgendwas dazu kleben oder vielleicht hat man von der Hochzeit irgendwas, was man dazu kleben möchte. Kann ja alles Mögliche sein. Das kann man dann bei solchen Seiten natürlich dann am optimalsten machen. Und die Rückseite ist auch ganz blank. Da kann man dann natürlich auch nochmal richtig schön Fotos drauf kleben. Und hier das Band, was dann den Tag hier hält, das habe ich dann wieder ein bisschen zumindest mehr gestaltet. Hier habe ich, das habe ich festgeklebt und hier kann man dann zum Beispiel wieder Foto drauf kleben und hier unten auch, hier habe ich wieder einen Sticker von dem Sticker-Sheet benutzt, ein paar Perlen. Ja, und hier auch wieder die Sticker. Die finde ich einfach so, so schön und ja, habe ich dann quasi so ein bisschen quer durchs Album so ein bisschen verteilt, um das Ganze ein bisschen zu verzieren. Und natürlich die pinke Hinterseite, wenn man da noch Fotos drauf kleben möchte, also zum Beispiel hier kann man ja sehr gut die Fotos dann auch sehen, dann kann man da natürlich auch noch prima Fotos hinkleben oder hier so kleinere Fotos oder ja, irgendwie sowas. Dann die Seite hat wieder ein paar Tags drinnen. Und hier habe ich ausnahmsweise auch mal wieder ein bisschen was mit Blumen gemacht und den Holzschmetterlingen. Die finde ich so schön übrigens, die Holzschmetterlinge. Die habe ich mal beim Xenos gekauft. Und auf jeden Fall, ja, durch diese Blumen ist das Album dann an der Stelle auch ein bisschen dicker. Wie gesagt, ich habe nicht so sehr viel mit Blumen gemacht, damit es nicht so dick ist. Sehr wenig Deko-Elemente innen drin. Aber ja, an der Stelle fand ich es einfach sehr schön. Hier kann man natürlich auf das Band kann man natürlich auch Foto drauf kleben. Und das hat jetzt zwei Tags, diese Seite. Und zwar versteckt sich der eine Tag hier an der Stelle. Und da sind auch so ein paar Deko-Elemente. Hier ist dann noch eine Hochzeitstorte. Das war ein Stempel, den ich hatte. Den gab es, glaube ich, mal bei Chibo. Und ich fand den wunderschön zum Thema Hochzeit, fand ich, hat der sehr gut gepasst. Und deswegen habe ich den gestempelt und ausgeschnitten. Hier habe ich dann noch so ein paar Sticker. Das ist auch wieder Platz für einen kleinen Tag. Und ja, ich habe da noch so ein bisschen gestempelt dann so am Rand. Das ist jetzt zum Beispiel ein Tag, der ist jetzt nur einseitig. Ja, und muss man natürlich nicht den hier rein machen. Man kann natürlich auch andere Tags rein machen. Hier noch so ein bisschen Platz für Fotos. Und auf der Rückseite genauso. Beziehungsweise hier ist sogar auch noch ein bisschen Platz für Tags versteckt, die dann jeweils doppelseitig betrugt sind. Ja, die verstecken sich dann hier drin. Ich finde eigentlich sehr cool, das Element, dass man hier so verschiedene Tags verstecken kann. Hier kann natürlich auch sehr viel Platz noch für weitere Fotos. Und hier an der Stelle genauso. Das ist auch wieder ein Tag, den man rausziehen kann. Hier wieder Platz für Fotos. Also es ist wirklich ein Haufen Platz für Fotos, obwohl es eigentlich nur fünf Seiten sind. Trotzdem, finde ich, passen da so viele Fotos rein. Hier auch wieder. Das ist ein Stempel, den hatte ich mir mal bei der Creativa gekauft. Den finde ich so süß. Und ja, ich mag einfach diese Herzensgelande. Finde ich total toll. Und das ist auch wieder ein, also es ist ein Tag-Halter sozusagen. Und zwar kann man die Tags hier so nach oben ziehen. Also wirklich nach oben. Das geht weit nach oben. Und dann kann man die Tags rausziehen. Wenn man sie wieder rein tut, kann man sie hier drin quasi wieder runterstecken. Und dadurch fallen sie auf keinen Fall raus. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr cool. Ich zeige euch nochmal gerade die Tags, die da drin sind. Also das ist ja eine Tag. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen. Man kann das auch so rum rausnehmen. Aber andersrum ist eigentlich einfacher. Und ja, ich finde die Technik ganz cool. Die habe ich auch noch mehrmals angewandt. Zumindest so ähnlich. Seht ihr dann gleich noch. Es ist natürlich jetzt nichts für sehr schnelle Rein- und Rausräumen. Aber das soll man ja eigentlich bei einem Hochzeitsalbum auch gar nicht. Das soll man ja, wenn man sich das anguckt mit den Erinnerungen, dann soll man das ja genießen und sich in Ruhe angucken und in Erinnerungen schwelgen. Deswegen, ja, ich finde das irgendwie sehr cool mit den Tags, dass man die so rausziehen kann und verschieben kann und umsortieren kann. Also dadurch ist man auch nicht so sehr gebunden an eine Fläche. Sondern man kann jetzt sagen, naja, jetzt habe ich hier die Fotos draufgeklebt. Und eigentlich möchte ich die aber an einer ganz anderen Stelle haben. Dann kann man das sehr, sehr, sehr einfach noch austauschen. Ja, hier sind noch so ein paar Sachen. Hier habe ich sogar mal gestempelt, damit das noch so ein bisschen ein Element bekommt. Und, ähm, ja, da ist dann quasi auch nochmal eine Tag-Tasche in einem Tag, das in einer Tasche steckt. Ich finde das irgendwie sehr lustig. Hier auch nochmal Platz für ein sehr großes Foto. Und das sind auch wieder aus dem Ephemera-Pack die Sachen. Ähm, eigentlich ja eine Valentinstags-Kollektion. Aber ich finde, die passt einfach auch super zum Thema Hochzeit, weil es einfach ums Thema Liebe geht. Und, äh, deswegen, ja, kann man da auch eigentlich sehr gut eine Valentinstags-Kollektion dafür zweckentfremden. Hier auch wieder Platz, äh, für eine Menge Tags. Da habe ich einfach mal wahllos quasi so ein bisschen die hier, äh, dazu gesteckt. Und, ähm, ja, auch wieder ein bisschen eine schlichtere Seite. Das ist auch wieder dieses I-Love-You-Papier. Ich finde das Papier einfach so wunderschön. Und ich wollte das gar nicht überdecken großartig. Deswegen, ähm, ja, habe ich das einfach möglichst schlicht gelassen. Hier habe ich noch so eine kleine Mini-Tasche. Äh, ich kriege gar nicht raus, doch jetzt. Und zwar habe ich hier noch von dem Ephemera-Pack diese beiden, ja, ich nenne es jetzt mal Tickets übrig. Die finde ich einfach so, so süß. Und, ja, die muss man jetzt nicht unbedingt rausholen. Kann man aber natürlich. Oder man kann da noch irgendwas hinten draufschreiben. Oder was einem so einfällt. Und das hier ist auch kein festgeklebtes Dekoelement. Sondern das ist tatsächlich auch ein Tag, den man reinziehen und, ähm, nein, rausziehen und reinstecken kann. So rum. Oh, ich rede mir hier den Mund wurselig. Auf jeden Fall ist das auch noch mal so ein Dekoelement. Und ich finde das eigentlich sehr süß. Auch das Motiv mit der Fotokamera. Das ist jetzt allerdings auch wieder eine andere Kollektion. Ich, wie gesagt, ich werde euch alles in die Infobox schreiben, falls ihr da wissen wollt, was, welche Kollektion. Ähm, dann schaut einfach mal in die Infobox. Das ist jetzt auch wieder einer meiner Lieblingsseiten. Zumindest, zumindest diese Seite hier vorne. Ich finde die einfach so, so schön. Und zwar haben wir hier, ähm, auch wieder einen kleinen Taghalter. Theoretisch könnte man da vielleicht auch sogar mehrere Tags drunter stecken. Da ist jetzt mal ein bisschen Platz. Da kann man jetzt zum Beispiel entweder einen Titel draufschreiben, wenn man möchte. Oder halt auch noch mal was drüber kleben. Und das hier ist ein Element. Es wird schon angekündigt durch, ähm, ja, diesen Sticker hier. Und zwar kann man das hier nämlich aufklappen. Und ich finde das einfach so schön, gerade auch mit dem Papier. Also, ich finde das Papier so klasse. Auch die Rückseite von dem Papier. Ich habe das extra nicht auf Basispapier geklebt, weil ich die Rückseite auch so richtig, richtig wunderschön finde. Und ja, hier auf der Vorderseite sind auch wieder zwei Tags. Versteckt einmal oben und einmal unten, die man rausziehen kann. Und in der Innenseite ist dann hier nochmal ein Tag. Den kann man entweder hier drunter stecken oder man kann ihn hier drunter stecken, wie man gerade lustig ist. Und das ist jetzt ein Element, das festgeklebt ist. Und ja, hier habe ich noch so Bordürensticker drumherum. Die sieht man jetzt vielleicht eher nicht so gut, weil die weiß sind. Aber die sind einfach wunderschön. Und das fühlt sich so flockig an, als wäre das Flock. Aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Flock ist. Auf jeden Fall, das ist die Vorderseite. So, das war es jetzt aber noch nicht mit der Seite. Und zwar lässt sich die Seite hier zum einen aufklappen. Jetzt muss ich mal kurz das Album nach links schieben, damit das hier einen Platz findet. Und gleichzeitig kann man das aber auch hier herausziehen. Also, das ist nämlich so eine Halbseite, sage ich mal. Das ist nämlich wirklich nur eine sehr, sehr, sehr kurze Seite. Und die soll einfach nur diesen Tag hier halten. Und damit das Ganze funktioniert, befindet sich in der Innenseite von diesem Tag. Oder ja, es ist eigentlich ein Riesentag. Befindet sich ein Magnet. Eventuell hört ihr es ja schon, wenn das zuschnappt. Und genauso wie hier übrigens. Also, hier ist auch ein Magnet drunter versteckt. Das heißt, das geht auf keinen Fall, wenn ich dran schüttel, das geht auf keinen Fall auf. Also, die Magnete sind wirklich stark. Die hatte ich mir mal bei Ebay bestellt. Und man sieht es wirklich gar nicht, weil die hier unter dem Bild zum Beispiel versteckt sind. Und ja, diesen Tag, den kann man jetzt hier aufklappen. Und dann hat man zwei Seiten. Das ist jetzt die eine Seite. Da ist jetzt diese Ecke hier, die ist nicht festgeklebt. Das heißt, man könnte theoretisch ein Foto noch so ein bisschen darunter stecken. Aber man sieht trotzdem noch genug. Hier habe ich jetzt einfach noch so einen Sticker draufgeklebt. Dieses I love you fand ich übrigens auch total schön an dem Motivpapier. Und hier ist jetzt auch wieder dieses Tag-System, wo man wirklich sehr viele Tags reinstecken kann. Und zwar ist das auch wieder dieses zwei, ich weiß nur nicht, wie ich das nenne, Zwei-Phasen-Tag-Steck-System. Nein, ich weiß wirklich nicht, wie man das nennt. Aber auf jeden Fall wird das dadurch dann festgehalten und dadurch fallen die Tags dann nicht raus. Das ist zum Beispiel auch aus dem Brack-Pet, nee, wie heißt das? Ich glaube schon, Brack-Pet aus der Valentinstags-Kollektion Beloved. Das finde ich auch total schön. Das habe ich da einfach mal hergenommen und als Tag hier rein versteckt. Ja, jetzt muss ich es nur wieder reinbekommen. Und hier, wie gesagt, hier auch nochmal Tags drin versteckt. Das ist jetzt hier ein großer Tag, wo I love you, PS I love you steht. Der ist jetzt auch nicht beidseitig verdruckt. Also der ist jetzt nur einseitig verdruckt. Und ja, dauert jetzt leider im Video immer ein bisschen, bis ich das dann wieder hereinbekommen habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu langweilig für euch. Und hier sind dann einfach noch zwei Tags, wenn ich es rausbekomme, zwei Tags versteckt. Aus der Hochzeits-Kollektion, die ich extra dafür bestellt hatte. Und ja, das Ganze wird dann einfach durch diese zwei Sachen, durch die zwei Ränder, also hier einmal von dem großen Foto und einmal von dem Rand hier außenrum, wird das eigentlich sehr, sehr gut gehalten. Und wenn man das Ganze dann zuklappt und umdreht, dann sieht die Rückseite so aus. Oh, ich stelle gerade fest, dass die Tags, die sind hier rausgefallen, das ist dann beim Rausziehen. Da muss man dann ein bisschen aufpassen, weil das eben so ein großer Tag ist, den man dann rauszieht. Und ja, so sieht auf jeden Fall die Rückseite aus. Hier ist auch wieder so ein Teil festgeklebt, wo man dann die Tags reinstecken kann. Hier sind jetzt auch mal willkürlich einfach diese hier drin. Hier ist dann vielleicht so ein großes Foto. Hier ist der Tag wieder einfach nur reingesteckt. Könnte man natürlich theoretisch auch reinstecken, wenn man möchte, wenn man hier nicht unbedingt was reinstecken möchte. Und der ganze Tag wird dann hier in diese Tasche einfach wieder hineingesteckt. Und wie gesagt, hier ist ein Magnet darunter versteckt. Das heißt, ich habe das auch ausprobiert. Das fällt eigentlich nicht raus. Ich meine, klar, wenn man wahrscheinlich rüttelt wie ein Blöder, früher oder später wird das wahrscheinlich schon rausfallen, wenn man es sehr stark drauf anlegt. Aber die Magnete sind, wie gesagt, sehr stark. Also wenn ich jetzt hier einfach, Moment, ich muss die Seite erwischen. Wenn ich jetzt hier dran ziehe, also es gibt schon einigermaßen Widerstand. Das fällt nicht einfach so heraus. Und so sieht das dann natürlich auf der Rückseite aus. Haben wir ja eigentlich im Prinzip gerade gesehen. Ja, das ist dann die letzte Seite, also die letzte lose Seite von dem Album. Ach, hier sehr viel Platz für Tags. Hier ist jetzt ein Tag reingesteckt. Und hier oben sind jetzt auch wieder, ich glaube, vier, nein, fünf Tags habe ich hier jetzt einfach mal reingesteckt. Wie gesagt, die Tags sind ja zum Teil auch doppelt. Aber ich finde die einfach so schön. Wenn man die nicht doppelt haben möchte, kann man zum Beispiel den Titel oder so, kann man auch locker überkleben. Also das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem, falls man irgendwie sagt, es ist doof, dass die doppelt sind. Ja, und auf der anderen Seite kann man es dann auch wirklich mit gutem Gewissen überkleben, weil man es ja zur Not quasi doppelt hat. Also wenn ihr das jetzt irgendwie nachvollziehen könnt, wie ich das meine. Und ja, das hier ist jetzt einfach nur so ein Element, wo ich mir gedacht habe, es soll so ein bisschen Verzierung sein, ein bisschen verspielt. Das sind wieder diese beiden Vögel. Die waren ja aus dem Ephemera-Pack. Also das heißt, so ein bisschen dickeres Chipboard ist das. So ein bisschen dickeres, ja, was heißt Chipboard auf Deutsch? Also halt so ein bisschen dickere Pappe einfach. Und das sagt der große Vögelchen. Zu dem kleinen Vögelchen sagt er einfach Bimalen. Ich fand das einfach so, so süß. Und ja, einfach nur mal so als kleines, als kleinen Hingucker einfach nur für zwischendurch. Und hier oben habe ich dann auch noch so collagenmäßig die Sticker noch so ein bisschen aus dem Sticker-Sheet dahin geklebt. Da die Rückseite von der Seite sieht dann so aus. Das fand ich auch ein sehr, sehr, sehr süßes Motiv. Das war auch bei dem Brackpad dabei, glaube ich, von der Beloved-Kollektion. Das hatte ich einfach noch da und ich fand es einfach so süß, dass ich es an der Stelle unbedingt verwenden musste. Und hier habe ich dann auch gleich eine Tag-Tasche aus dem Bild gemacht. Das heißt, man kann da die Tags reinstecken. Und hier unten habe ich dann einfach mal so ein bisschen mehr Platz für ein Element gelassen. Ein paar Sticker draufgeklebt. Hier ist so ein Banner. Der ist jetzt natürlich zum Teil überklebt. Der ist jetzt natürlich auch festgeklebt. Und das ist wieder ein Element, das kann man aufklappen. Und das öffnet sich dann auf die Art. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr süß, vor allem mit dem Herzen hier unten. Das Herz ist dann auch festgeklebt. Ja, und ich finde das irgendwie total süß. Und auch hier, vielleicht habt ihr schon gehört, sind dann die Magnete drunter. Das heißt, das geht dann nicht einfach aus, sondern bleibt dann auch zu. Ja, und damit sind wir jetzt fast, fast fertig mit dem Album. Das ist jetzt noch die Rückseite, die gestaltete Rückseite von dem Album. Und hier habe ich mir auch nochmal gedacht, ein großes Foto, das man hier draufkleben kann. Zum Beispiel Gruppenfoto oder, ja, keine Ahnung, irgendwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Von dem Brautpaar zum Beispiel und, ja, oder was einem auch immer einfällt. Hier so ein paar Deko-Elemente, hier auch nochmal so ein paar Deko-Elemente. Und ganz zum Schluss habe ich mir gedacht, fand ich eigentlich sehr cool, noch einen Briefumschlag einzubauen. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn man Fotos übrig hat oder man hat Elemente oder Flyer oder man kann ja alles Mögliche haben, was man aufbewahren möchte, dann kann man das zum Beispiel in diesen Umschlag packen. Natürlich passt es nicht beliebig viel in den Umschlag, aber ich fand es eben sehr schön und Fotos sollten da eigentlich reinpassen zum Beispiel. Oder wenn man noch Tags übrig hat, dann kann man die einfach nehmen und sagen, okay, die Tags habe ich jetzt nicht gebraucht, die tue ich jetzt erstmal da rein. Und falls man nachträglich nochmal Fotos irgendwie dann bekommt, kann man dann, ja, die Tags hier rausnehmen und dann die Fotos auf die Tags kleben. Also jetzt nur mal so als Beispiel oder vielleicht möchte man ja irgendwie noch von den Flitterwochen irgendwas dazu kleben und man befüllt das Album aber jetzt schon vorher vor den Flitterwochen oder ich weiß es ja nicht. Dann war das jetzt nur mal so als Beispiel, wie man das dann benutzen könnte und ich fand das irgendwie eine sehr, sehr, sehr schöne Idee mit dem Umschlag. Dann klappe ich das ganze Album einfach nochmal zu. Ja, ihr Lieben, das war mein Mega-Album, mein Hochzeitsalbum, eines meiner Mega-Projekte. Also, ja, da hatte ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte ein bisschen Bammel davor, das Album zu machen, weil ich so ein großes Album einfach noch nie gemacht habe. Aber ich bin so froh und so dankbar, dass ich das Album machen durfte. Also vielen, vielen, vielen Dank an dich, liebe Angela, dass du mir da so vertraut hast dabei. Und es hat mir auf jeden Fall tierisch, tierisch viel Spaß gemacht. Ich möchte sowas gerne unbedingt nochmal machen. Ja, und ich hoffe, es hat euch anderen auch gefallen. Ihr konntet euch hoffentlich vielleicht auch sogar ein paar Inspirationen für eure Mini-Alben holen. Ja, das war also mein Hochzeitsalbum. Ich wünsche euch allen noch einen kreativen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!